Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf Bausucht und heute würde ich euch gerne zeigen, wie das denn so abläuft, wenn ich einen Bug suche. Und ja, dafür bin ich halt hier auf Bausucht und wenn ihr das cool findet, dass ich euch das zeige, ja, wie ich halt zum Beispiel auch solche Duplizierungs-Bugs finde, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, schreibt auch gerne einen Kommentar und abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon direkt anfangen. Okay, also zuallererst würde ich sagen, nehmen wir nochmal auf Zitibelt Colt und ich habe auch schon eine Überlegung, was für einen Bug wir denn testen können. Und zwar gab es auf Reaver Games damals mal, oder gibt es glaube ich immer noch, einen Bug, mit dem man Tiere zum Beispiel one-hitten kann, indem man den Server denken lässt, man hat ein Diamantschwert in der Hand, obwohl man das gar nicht hat. Und ich möchte jetzt gerne probieren, diesen Bug auf Bausucht zu reproduzieren und ja, da nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch so, ja, was ich alles ausprobiere, etc., etc. Und ich würde sagen, dazu lege ich erstmal mein normales aber alles weg und hole mir mal eben ein ganz normales, unentscheintes Diamantschwert. So, klar, ich habe jetzt mir auch ein Schwert gecraftet und ich würde sagen, ja, wir probieren jetzt einfach mal einige Dinge aus und zwar war das auf Reaver Games halt so, dass man das mit dem Switcher machen konnte. Problem ist nur, dass man halt hier das Inventar nicht wegswitchen kann. Deswegen habe ich eine andere Idee und zwar könnte ich das mit meinen Perks erledigen und zwar fliege ich es einfach einmal hier hoch, mache auf jeden Fall schon mal das, keinen Fallschaden-Pack aus und gucke dann, dass wenn ich sterbe, ich das Schwert dann auch verliere. Das bedeutet, ich mache mein Inventar nach dem Brot behalten-Pack auch aus und dann mache ich jetzt auch meinen Fly-Pack aus und dann probieren wir es einfach mal aus und sterben hier. Und ihr seht, das Schwert habe ich verloren. Ja, und eigentlich war das falsch, weil jetzt, ja, kann das halt gar nicht funktionieren, wenn wir jetzt hier hingehen, will die Schweine sterben immer noch nicht. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zu meinem PH und zum P-Mittel und probieren jetzt eine andere Möglichkeit aus. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal meine Perks wieder an, also das Fly-Pack reicht eigentlich. Dann mache ich wieder PH und P-Mittel und gucke, dass ich jetzt eine andere Lösung finde. Was ich zum Beispiel auch machen könnte, ist unter Perks, ähm, Item behalten anmache und mich dann jetzt einfach, keine Ahnung, umbringe. Was ich zum Beispiel machen könnte, ist jetzt mich umzubringen und dann aber vorher zu disconnecten. Okay, probieren wir es aber mal aus. Ähm, ich mache es nicht mit Fallschaden, sondern ich ertränke mich einmal. Das heißt, ich mache hier einmal meinen Items behalten-Pack mache ich aus und meinen Fallschaden kann ich wieder anmachen. Und dafür mache ich kein, nee, nicht nachtsicht, sondern wo es kein Ertrinken, da, das müsste kein Ertrinken sein. Genau, jetzt seht ihr hier, ich ertrinke langsam und dann, wenn ich gleich noch ein halbes Herz habe, dann muss ich irgendwie austeilen. Und ich würde sagen, dafür kappe ich einfach eben kurz meine Internetverbindung. Ihr seht jetzt hier, ich bin unter Wasser und habe eigentlich noch anderthalb Herzen. So, und damit das Ganze jetzt funktioniert, würde ich sagen, äh, ja, keine Ahnung, ähm, disconnecte ich einfach per Hand. Und, ähm, jetzt sollte ich das Internet wieder anmachen und dann wieder auf Bausort gehen. So, Leute, Internet funktioniert wieder. Ich würde sagen, wir probieren es einmal aus und gucken, ob wir jetzt irgendwas hinbekommen haben. Dafür gehen wir jetzt auf Gold und jetzt müssten wir eigentlich auf Gold gerade tot sein. Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus und warten und warten und warten. Jetzt sind wir auf Bausucht und wir sind tot. Drücken mal auf Wiederbeleben. Spawn hier. Und eventuell haben wir jetzt die Möglichkeit, Schweine hier, keine Ahnung, zu One-Hitten. Nein, klappt nicht. Ja, ich würde sagen, das war natürlich ein Fail. Ich würde sagen, ja, wir probieren einfach die nächste Sache aus. Okay, meine nächste Überlegung wäre jetzt, dass wir uns nur ein Ghost-Item holen. Und das Ganze machen wir, dem wir jetzt zum Beispiel einmal, ja, das Schwert bei mir selbst da reinlegen und Infc-Block-Eater einmal machen. Dann sehen wir, haben wir hier das Schwert. Und wenn ich das jetzt im richtigen Moment rausziehe und dann halt, ja, Escape drücke, seht ihr, habe ich hier Ghost-Item. Wenn ich das anklicke, verschwindet das übrigens hier. Ihr habt gesehen, es ist jetzt verschwunden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal an Spawn und probieren damit, die Schweine zu töten. Und zwar mache ich jetzt einmal Slash-Infc-Block-Eater, hole mir so ein Bug-Schwert. Und das andere, das richtige Schwert, Leute, das werde ich jetzt hier hinter wegwerfen. Da, Leute, seht ihr, das Schwert liegt da jetzt und ich werde jetzt gucken, ob ich hier die Schweine One-Hitten kann. Und, Leute, ihr seht, das klappt nicht. Ich weiß, oh, jetzt haben wir natürlich was eingesammelt. Das darf uns natürlich nicht passieren. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal aus. Und zwar so. Das heißt, wir werfen das richtige Schwert weg und haben hier das Ghost-Schwert. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach aus. Und ihr seht, ja, Leute, es funktioniert nicht, dieser Bug. Das heißt, auch wenn wir so ein Item haben, funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal eben auf Google Games, welchen Bug ich meinte. Okay, ich habe übrigens noch meine zwei Kisten erhalten, die ich ja alle zwei Wochen bekomme. Ich würde sagen, die öffnen wir auch nochmal eben, kurz bevor wir den Bug einmal austesten. Und hier ist natürlich nichts Gutes drin, glaube ich jedenfalls. Wenn doch, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst doch gerne ein Like da, falls ich halt, ja, so Sachen generell öfter machen soll, wie ich, ja, Bugs finde oder sowas zeigen. Oder auch mal Scammer suchen zum Beispiel wieder machen soll, lasst gerne ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und jetzt habe ich einen Lord Varus-Kopf bekommen. Ich würde sagen, die stelle ich einfach auch mein zweites Grundstück hier einfach irgendwo hin. Und zwar stelle ich einen da hin und den anderen da hin. Ihr seht, hier haben sich schon einige Köpfe angesammelt. Kann ich übrigens schon wieder Slash-Kopf machen. Dann gucken wir doch mal. Äh, nein, kann ich noch nicht. Dann würde ich sagen, ähm, ja, fangen wir einfach mal direkt an mit dem Bug. Okay, jetzt brauchen wir natürlich irgendein Testobjekt, an dem wir das machen können. Und zwar würde ich dafür einen Mob empfehlen. Nur müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich glaube, auf Cpl2 gab es die Crowfarme. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich auf Cpl2 wieder. Okay, ich bin jetzt bei der Crowfarme. Und zwar müssen wir jetzt einmal das Schwert auswählen. So, dass wir es ausgewählt haben. Dann gehen wir in den Portalraum. Geht auf ein oder andere City Build. Wählen das Schwert aus. Beziehungsweise, ähm, legen es weg. Wir sagen, ich gehe einfach mal jetzt hier irgendwo rein. Dann nehmen wir gleich das Schwert. Legen es weg. Und dann können wir auf Cpl2 gehen zur Crowfarme. Und können mit der Hand den Tieren extrem viel Schaden machen. Und dann habe ich auch noch mal eine Idee, wie es auch auf Bau so klappen könnte. Die wir dann auch direkt austesten werden. Okay, Leute. Ihr seht jetzt hier, ich habe mein Schwert. Wenn ich jetzt einfach mal mein Schwert in die Enderchest lege. Und dann wieder auf City Build 2 gehe. Dann seht ihr, dass ich gleich die Tiere mit der Hand one-hitten kann. Okay, Leute. Ich gehe jetzt zu P.A. Crowfarme. Wir haben hier ein schönes Hühnchen. Ich würde sagen, ich klicke einfach mal auf das Hühnchen. Und es ist weg. Ich klicke mal hier auf. Kann ich auf die Villager klicken? Kaboom. Okay, Leute. Eigentlich müsste ein Villager zu beheirat sein. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Eventuell haben sie den Bug auch schon gefixt. Ich weiß es natürlich nicht. Villager. Ja gut. Anscheinend haben sie den Bug gefixt, Leute. Aber auf jeden Fall. Schaut euch gerne mal meine Videos an. Ich habe früher sehr viel für Games Zeugs gebracht. Dann wisst ihr auf jeden Fall, welchen Bug ich meine. Aber ich würde sagen, wir testen einfach jetzt noch eine Version, wie es klappen könnte. Was ich mir vorstellen könnte. Auf Bowsucht. Und vielleicht funktioniert es ja. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, damit sind wir auch schon wieder hier auf Bowsucht. Und ich würde sagen, wir töten einmal dieses Schwein hier. Einmal als Beweis, dass hier gleich ein neues Bond. Und jetzt probieren wir mal aus. Slash Clear. Da ja. Mond-Sword. Dann müsst ihr uns das abfragen. Dann drücken wir auf Löschen. Und testen es mal aus. Wir probieren es einfach mal bei dem hier hinten. Und Leute, ihr seht, okay. Das wäre jetzt noch eine Überlegung von mir gewesen, wie es eventuell funktioniert. Aber ihr seht, es funktioniert nicht. Und ja. Ich würde sagen, es hat nicht funktioniert, dieser Bug. Und es ist eigentlich gut. Aber so suche ich meine Bugs. Denn zum Beispiel hätte jetzt eins davon funktioniert, hätte ich mal wieder einen Bug gefunden. Und ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert mich auch gerne und aktiviert die Glocke. Schreibt von mir jetzt auch gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.